Kameradschaft Als Kameradschaft bezeichnet man ein enges freundschaftliches Verhältnis zwischen mehreren Menschen. Kameradschaft ist ein Verhältnis mehrerer Menschen, die durch gemeinsame Lebensumstände eng verbunden sind. Kameradschaft beruht auf Vertrauen und gegenseitiger Hilfe. Ein Kamerad ist ein Gefährte. Kamerad kommt vom französischen Kamerad, vermutlich kommt es auch aus spanischen Kamerada und kommt ursprünglich aus der Militärsprache. Kamerad kommt vermutlich von Kamera und Kamera heißt gewölbte Decke und bedeutete im Lateinischen auch Zimmer und Schlafraum. Und Kamera war die Stube für Soldaten und daraus entstand eben die Kameradschaft. Das heißt Menschen, die in der gleichen Stube leben, im gleichen Schlafraum, die sind eben Kameraden. Und unter Soldaten war es üblich, dass man sich gegenseitig hilft, denn man muss ja aufeinander vertrauen. Und so wurde später Kameradschaft auch bezogen auf allgemein freundschaftliches Verhältnis von Menschen, die sich gegenseitig helfen. Kameradschaft ist auch eine Form von Freundschaft. Als Kameradschaft bezeichnet man auch eine Gruppe von Kameraden. Man spricht manchmal, man gehört zu der und der Kameradschaft. Aber oben ist hier schon gut. Vielen Dank.